Ja, lieber Herr Schulten, zwei Tage unserer Veranstaltung CORE, Conference Office Real Estate, liegen hinter uns. Können Sie uns schon ganz kurz sagen, was war aus Ihrer Sicht die wichtigste Erkenntnis der Tagung? Ganz kurz, genau. Was toll war, war Gratic Recording. Das war, vielen Dank für diese neue Innovation. Das war ja eine Frau, Katrin Fensel, die wirklich enorm sachkundig und konzentriert das alles zusammengetragen hat. Was insofern wirklich wichtig war, weil wir ja über Coworking gesprochen haben, über Space as a Service, über wo ist der Markt gerade, was macht WLAN, Connectivity, was macht das Licht im Büro mit uns und so weiter. Es waren ja so viele Facetten, dass wir das so gut zusammentragen konnten, um zu sagen, ja, hier haben wir ein komplettes Bild von dem Markt, wie arbeitet es. Wunderbar. Aber wir haben auch gesehen, der Markt ist extrem im Wandel und mal schauen, worüber wir dann im nächsten Jahr bei unserer dritten CORE Conference Office Real Estate sprechen werden. Ob wir da immer noch über Coworking sprechen? Wahrscheinlich? Ja, wahrscheinlich haben alle Coworking ein galtes Thema. Das war ja heute auch, das wird sich wahrscheinlich, hier von Herrn Leinbach, das wird sich weiter ausdifferenziert, das glaube ich auch. Auch über die Frage, geht es eben auch auf B- und Universitätsstandorte weiter, das tut es. Wichtig ist, hält es überhaupt, hält der Kapitalmarkt mit diesem Null-Zins-Thema, das hat auch unser Volkswirt von der LBBW, der schon gesagt hat, es gibt viele Faktoren, die eigentlich stabilisieren und das wird nächstes Jahr für das Sicherheit-Thema sein. Aber ich finde das sehr positiv, also so wie das heute klang, von den Projektentwicklern, von den Investoren, die wissen sehr genau, welche Risiken im Markt gerade sind und stellen sich eigentlich auch ein sehr gutes Wachstum weiterhin ein. Und ein Aspekt war ja heutzutage, oder heute bei dem Termin auch, wir haben nicht diesen Angebotszuwachs. Wir haben eine enorme Nachfrage und ein geringes Angebot in den Städten und mal gucken, ob das die Projekte nicht auch noch einen Tick schöner macht, das schaue wahr. Noch schlimmer, wie geht das denn? Also vielen Dank und im nächsten Jahr wieder mal schauen, wo wir uns dann treffen. Genau, wir sind auf jeden Fall dabei und begleiten den Büroimmobilienmarkt. Ja, ich würde mich sehr freuen. Tschüss. Tschüss.